Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute für euch den Sherlock Tag. Die 10 Fragen sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und ich möchte gerne taggen die liebe Kossi, denn ich habe auf Instagram bei ihr gesehen, dass sie sich hat anfixen lassen und sich die Staffeln auf Blu-Ray, was glaube ich, gekauft hat. Und ja, ich hoffe, Kossi, du hast Zeit und Lust mitzumachen. Und wenn du soweit bist mit den Staffeln, dann würde ich mich freuen, wenn du an einem Tag teilnimmst. Und wir starten jetzt mit der ersten Frage. Und zwar, wer hat dich auf die Serie gebracht? Das war eine Freundin von mir. Niki, ich grüße dich. Und zwar hat sie mir erzählt, dass es halt diese Sherlock-BBC-Serie gibt. Ich weiß gar nicht, ob sie angefangen hatte, die auf Englisch zu gucken. Ich glaube, ja, sie hat sie im Original auf Englisch geschaut. Und das wollte ich eigentlich auch machen. Und dann, zum Glück, kurze Zeit später, wurde die erste Staffel ja im deutschen Fernsehen übertragen. Ich weiß gar nicht, hat das erste oder ZDF die Filme übertragen. Weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, Niki hat mich da drauf gebracht. Sie weiß halt, auf was ich so im Fantasy-Fandom-Bereich so stehe. Und es war ein sehr, sehr guter Rat. Wie fandest du die allererste Folge? Supergeil. Also ich wusste ja nicht wirklich, was mich erwartet. Und deswegen hat es mich umso mehr geflasht. Also dieser Charakter des Sherlock und diese alten Geschichten in die Neuzeit versetzt und da natürlich auch an die Gegebenheiten angepasst. Und überhaupt, wie es geschnitten war, die Musik. Ja, London einfach. Es war so grandios. Hat mir so, so gut gefallen. 3. Liebster männlicher Charakter Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Sherlock und Watson. Weil jeder von beiden hat halt irgendwie was. Und das macht es schwierig, mich zu entscheiden. Es wäre so der Klassiker, sich für Sherlock zu entscheiden. Deswegen entscheide ich mich für Watson. So, und liebster weiblicher Charakter ist Molly. Ich habe auch schon ein Cosplay zu Molly gemacht. Meine Freundin Niki zum Beispiel hat Sherlock gecosplayed. Und Molly, die ist einfach so... Sie ist wunderwunderschön, wenn sie was aus sich machen würde. Und sie ist so grandios schüchtern. Und das liebe ich so an ihr. Also sie ist mir auch in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich. Und ja, Molly habe ich einfach sehr, sehr in mein Herz geschlossen. Da würde ich jetzt nicht Moriarty sagen, sondern ich sage... Also der ist ja wohl mal das größte Arschloch, das es gibt. Wie der seinen eigenen Bruder behandelt ist, unglaublich. Und ich finde, Mycroft ist noch viel unsozialisierter als Sherlock es ist. Grandios. Vor allen Dingen in der dritten Staffel kommt es nochmal so richtig heraus. Hat mir richtig gut gefallen. Sechste Frage. Meine Lieblingsfolge. Meine Lieblingsfolge ist auch die allererste Folge. Weil keine andere Folge konnte mich nochmal so flashen und so überraschen, logischerweise. Und deswegen mag ich die am allerliebsten. Und meine Lieblingsstaffel ist die dritte Staffel. Weil es war so überraschend. Man konnte wirklich nicht die Dinge vorausahnen. Gar nicht. In keiner Situation. Und es waren ja immer wieder so angedeutet... Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen musst du ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Es waren halt immer so angedeutete Sachen, wo dann wieder herauskam, dass es doch nicht der Wahrheit entspricht. Doch die dritte Staffel hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Achte Frage. Mein Lieblingszitat. Ich habe mir mal drei aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne mag. Und es sind alles Zitate von Sherlock. Und zwar ist es zum einen, das ist aus der ersten Staffel. Anderson. Also das ist dieser Polizist, der Sherlock überhaupt gar nicht leiden kann am Anfang. Anderson. Nicht laut reden. Sie senken den IQ der ganzen Straße. Also Sherlock hat halt sowas. Der will nicht unbedingt gemein sein. Der meint das halt einfach wirklich so. Ist richtig toll. Und dann gibt es auch noch einen, das ist auch so typisch Sherlock. Ist glaube ich auch aus der ersten Staffel, ja. Fantastisch. Ja. Vier Suizide in Folge und jetzt eine Nachricht. Es ist wie Weihnachten. Das ist wirklich so. Andere Leute würden das einfach schrecklich empfinden. Vier Suizide. Und er freut sich halt darüber, weil sein Gehirn halt was zu tun hat. Und da sind wir auch schon beim dritten Zitat, was ich sehr, sehr mag. Wie ist das mit so komischen kleinen Gehirnen? Das muss doch langweilig sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es in seinem Kopf aussehen mag. Also mit diesem Gedankenpalast. Das wurde schon sehr schönbildlich dargestellt, finde ich. Aber einfach mit so einem großen Gehirn oder mit so einem mutierten Gehirn oder keine Ahnung, was er da im Kopf hat. Ist einfach grandios und ist unvorstellbar für mich, wie sein Leben und sein Denken eigentlich sein muss. Und die neunte Frage. Welchen Charakter ähnelst du am meisten? Habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erzählt. Finde ich Molly. Molly ist auch so eine kleine Schüchterne. Und ja, dieses... Sie ist halt in Sherlock verliebt und so offensichtlich, dass es schon wieder manchmal fast peinlich ist. Und so dieses Fremdschämen ist. Aber Molly ist einfach so eine Süße und so... Ich mag es halt, wenn Frauen sich ihrer Schönheit nicht bewusst sind. Und das macht sie noch viel, viel schöner. Und die letzte Frage. Bei welchem Fall wärst du am liebsten dabei gewesen? Bei welchem Fall wär ich am liebsten dabei gewesen? Boah. Das ist echt schwierig. Ich würde jetzt sagen, bei jedem... Bei welchem wär ich denn gern dabei gewesen? Ich muss mir einen aussuchen, der nicht ganz so gefährlich war. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt... Ich kann mich jetzt nicht speziell für einen entscheiden. Irgendwie. Vielleicht die Jagd auf Moriarty. Was ich aber auch toll fand, war auf der Hochzeit von Watson. Den Fall. Ich würde mich, glaube ich, für den entscheiden. Weil wenn ich bei dem Fall dabei gewesen wäre, wäre ich ja automatisch auf der Hochzeit von Watson gewesen. Und das wäre ja mal grandios gewesen. Also beantworte ich die Frage damit. Ja, das waren die 10 Fragen des Sherlock Tags. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne mitmachen. Wenn ihr mögt, dann fühlt euch getaggt. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.